So liebe YouTube-Freunde, fertig gesät, die Sähmaschine selber aussaugen, das Saubgut raussaugen, damit es nicht Sortenvermischung gibt, wenn man das nächste Mal etwas anderes säht, jawohl. Liebe YouTube-Freunde, was läuft ab im Bauhaus? Ich fülle da meinen Schnitzelbunker mit Holzschnitzel, hier das Zwischenlager vom letzten Winter, fülle da den Bunker und der Rest wird umgeschaufelt, weil morgen, will ich da, oder am Freitag, wenn das Wetter es zulässt, wollen wir hier hinein 200 Kubik Schnitzel reinblasen. Drei Elfer gestartet. Drei Elfer gestartet. Drei Elfer gestare. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020